Hey Leute und hiermit auch wieder herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, diesmal alleine. Und zwar kommt heute meine 2022 Haustour und ich zeige euch das mal alleine ohne meine Großvamilie und ich dachte, da kann ich besser auf Sachen eingehen, die so auch, so, naja, halt da sind. Und ich glaube, das würde ich dann etwas grober machen, wenn mehrere Personen anwesend sind. Deshalb dachte ich, mache ich das alleine. Und falls euch das Video gefällt, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal kostenlos, würde mich sehr, sehr freuen, denn wir sind sehr nah an 4,7K, glaube ich, ja. Ich glaube schon, ja. Äh, ja, das sind wir. Wobei, wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, haben wir schon die 4,7K. Also danke dafür, ich bin euch sehr dankbar und freue mich sehr, dass mein Kanal wächst. Und schaltet zudem noch die Glocke an, falls ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, weil ich lade einmal die Woche was hoch, zwischen Freitag und Sonntag und aller spätestens halt Montag. Zudem würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Ich heiße dort Bessie Let's Play Official und folgt mir zudem auch noch gerne auf Roblox. Ich heiße dort A-N-X-N-A-H-H-O-F. Da könnt ihr mir in Spielen beitreten und mit mir chatten, wenn ich überhaupt Join anhabe. Also manchmal habe ich das aus, also könnt ihr mir dann nicht beitreten. Aber manchmal lasse ich das auch an. Und da könnt ihr mit mir gemeinsam in Games reingehen. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, wenn ihr in meine Roblox-Gruppe reinkommt. Weil da könnt ihr mit mir schreiben, mit anderen schreiben und keine weiteren Updates verpassen, falls ihr keine sozialen Medienkanäle habt. Und kommt gerne in meinen Discord-Server rein. Da könnt ihr mit mir schreiben, mit anderen schreiben und auch in den Talks reinkommen. Ich würde mich dann sehr, sehr freuen, wenn ich euch in meinem Discord-Server sehen würde. Und ja, das war es dann auch mit dem Intro. Und jetzt blende ich euch zuerst eine Montage vom Haus außen ein. Und jetzt blende ich euch zuerst ein. Okay, Leute, jetzt habt ihr vermutlich die kleine Montage von dem Haus von außen gesehen. Und ich wollte hier nochmal anmerken, dass unser Garten noch nicht fertig ist, beziehungsweise auch noch nicht mal angefangen. Deshalb wollte ich hier nur mal ankündigen, also das mit dem Garten, das kommt erst bald in einer Folge. Das heißt, es kann auch so oder so gar nicht in diesem Haustour drankommen. Aber dafür wird es dann eine separate Gartentour noch bald geben. Also wo ich dann nicht das Haus so zeige, sondern nur noch Garten. Das wird dann ein kurzes Video oder halt vielleicht länger. Ich weiß ja nicht, wie lange das dauert und wie unser Garten so grob aussehen wird. Aber ich werde euch dann eine Gartentour nochmal separat machen, so ungefähr wie diese Haustour. Aber jetzt habt ihr ja das Haus von außen schon ein bisschen besser gesehen. Und hier draußen haben wir erstmal eine Schaukel für die Kinder, weil offensichtlich sind wir eine sehr große Familie. Und hier vorne haben wir noch einmal Wasser, weil, wieso nicht? Das ist so ein bisschen ästhetisch, weil wir wohnen hier nicht mehr in der Stadt und dann müssen wir hier noch ein bisschen so für Natur sorgen, wenn wir schon nicht da sind. Und ja, wir werden auf jeden Fall hier reingehen. Also es hat erstmal kleine Stufen und dann, ja, halt Blumen. Also so eine Vase mit Blumen. Also, ja, habe ich dann draußen hingestellt, weil ich fand die sehr, sehr schön. Und dann kommen wir auch schon rein. Wir haben eine moderne Schiebetür. Also generell ist das Haus relativ modern. Und hier sind wir auch schon im Innenbereich. Also im Flur habe ich auf jeden Fall einmal so ein, ja, so eine Eingangssache gemacht, damit Flur separat gehalten wird und dann nochmal so ein Raum an sich sozusagen ist. Aber ich wollte hier noch nichts machen. Und zwar sehen wir auf unserer Rechten das Büro einmal. Das habt ihr in den Videos wahrscheinlich noch nicht so vertieft gesehen, aber so sieht das halt aus. Und zwar hat das einmal zwei Sessel. So ein bisschen, das gibt mir so Konferenzraum-Vibes. Also man setzt sich dann so da hin und dann spricht man mit der Person. Aber man kann ja eigentlich generell chillen. Dann haben die Kinder sozusagen ein Büro oder halt ich oder halt irgendjemand, der halt ein Büro vielleicht braucht. Beispielsweise kann man dann halt auch noch hier mit den Personen chillen. Also eigentlich ist es halt gar kein Konferenzding, sondern man kann ja einfach dann sozusagen dabei sitzen sozusagen. Man kann ja auch Sachen planen, was weiß ich. Man kann ja eigentlich alles. Ist relativ minimalistisch gehalten, also nicht übertrieben oder so. Ich bin halt auch mit den Farbtönen in diesem Haus, es passt sogar zu meiner Jacke, ist mir gerade aufgefallen, naja, aber halt relativ, naja, neutral. Also generell die Farbpalette in diesem Haus ist relativ neutral gehalten, also nichts übertriebenes. So relativ neutrale Farben, so, oh mein Gott, ich kann nicht reden. So relativ neutrale Farben dann halt generell im Haus verteilt, damit halt nichts übertrieben ist. Und wenn man ja noch möchte, kann man das Kinderzimmer noch ein bisschen pimpen oder was weiß ich. Also noch renovieren und so. Da ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Raum für neue Sachen, dadurch, dass es relativ neutral und minimalistisch gehalten ist. Aber erstmal denke ich gar nicht erst über eine Renovation nach, weil wir das Haus jetzt erst geholt haben und wir das auch jetzt erst dekoriert haben. Von daher müssen wir uns gar keine Sorgen erstmal machen, weil ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Endergebnis. So, wir gehen jetzt wieder aus dem Büro raus. Wenn man hier reinkommt, ist direkt vor uns das Bad. Das ist, ähm, ja, mit einem Vorhang und mit einer Tür. Also da kann man nochmal die Tür zu machen und halt auch Vorhang, damit man halt nichts sieht, weil die Türen sind ja halt aus Glas und dann könnte man durchsehen, was halt nicht so gut wäre. Also das wäre nicht so optimal. Und dann zeige ich euch das mal. Also das da ist erstmal ein Waschbecken. Also das hat zwei Waschbecken insgesamt, weil für zwei Personen, wir haben ja eine relativ große Familie und dann ist es halt auch besser, dass wir dann zwei Waschbecken sozusagen haben. Also ist dann halt auch praktischer. Und dann haben wir einen Spiegel. Aber da es halt, wie gesagt, dunkel draußen ist, sieht man nichts. Aber, ja, das ist dann auch noch ein Teppich hier für, ja, wie gesagt, ne, für Waschbecken. Dann haben wir hier nochmal einen Waschraum im Badezimmer, weil ich dachte, das wäre halt ganz cool, wenn man das so hat. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz den Boden fixieren, weil das flackert hier ein bisschen. Okay, also wie gesagt, Boden flackert nicht mehr, alles wieder super. Man kann alles super erkennen, es ist alles perfekt. Jetzt geht es mir auch viel besser. Ähm, ja, wie gesagt, also wir haben da drin nochmal einen Waschraum. Und das ist halt, wie gesagt, separat nochmal im Bad mit drei Regalen mit Tüchern, weil man wäscht ja ab und zu mal Tücher und dann legen wir die einfach meistens dahin, weil wir die eh nochmal im Bad benötigen. Hier ist halt, wie gesagt, Bügel, Brett, zwei halt Waschmaschinen, wollte ich gerade sagen. Eine Waschmaschine und einen Trockner. Dann zudem noch halt eine Kleiderstange, weil falls wir mal zu faul sind, was hochzubringen, dann hängen wir das einfach da dran. Und dann, ähm, holt sich das halt die Person dann wieder für seinen eigenen Kleiderschrank wieder hoch. Und, ähm, ja, wie gesagt, Haushaltssachen, alles hier eigentlich. Und das ist halt auch relativ praktisch, da wir keinen Keller haben, müssen wir halt sozusagen so einen Raum nutzen. Und das ist halt auch relativ nice an diesem Haus, dass so viel Platz hat, weil wir haben sehr viel Stauraum eigentlich. Das ist eigentlich ganz, ganz praktisch. Weil das hatten wir im anderen Haus nicht. Es war relativ groß vom Zimmer her und so, aber, ähm, ja, hat halt nicht so gut gepasst. Auf jeden Fall haben wir hier eine Toilette, wer hätte es gedacht, mit, ähm, Toilettenpapier natürlich. Dann ein Regal und einen kleinen Sessel sozusagen. Also, ja, wie gesagt, halt ohne Lehne, aber relativ gemütlich, warum auch immer. Ich dachte, ich wäre ganz cute. Und hier ist dann, wie gesagt, die große Badewanne mit Glas natürlich. Aber, wie gesagt, das hat hier einen Vorhang, also kann man das auch wieder schließen, damit niemand durchguckt natürlich. Ähm, und hier ist auch noch eine Dusche, also Dusche und Bad sozusagen. Und halt noch Tücher, damit man sich dann wieder abtrocknen kann. Genau, alle Zimmer haben halt noch Lichtschalter, wie sich das auch gehört. Und, ja, das war es eigentlich. Jetzt gehen wir rüber ins Esszimmer. Ja, also, wie gesagt, es gibt hier zwei Sitzmöglichkeiten. Einmal so und das andere kann man dann in diese Richtung sitzen, falls wir mal Gäste haben. Aber sonst kann man auch hier einfach chillaxen. Und genauso haben wir das auch auf dieser Seite. Man kann auch hier chillen. Also jetzt beispielsweise mit einem von den Kindern, weil das einfach cool aussieht und, ja, eigentlich auch noch einen coolen Touch hat. Hier kann man sich tatsächlich auch noch hinsetzen. Das sind so Fensterbänke, warte. So sieht das dann auf der Fensterbank aus. Also hier kann man relativ gechillt sitzen für zwei, drei, ich glaube, zwei Personen sind das. Ähm, genau. Also für zwei, drei Personen reicht das auf jeden Fall aus. Das da ist halt ein Esstisch für insgesamt acht Personen. Und, ähm, ja, weil wir sind eine achtköpfige Familie, deshalb ist natürlich wichtig, dass jeder von uns Platz hat. Wie gesagt, relativ minimalistisch, schwarz-weiß gehalten, mit Licht, alles. Und hier ist dann direkt auch Zugang zur Garage. Aber das müssen wir halt auch nochmal klären, weil wir haben noch kein Auto. Deshalb werden wir das nochmal, ja, abmachen. Aber hier würde dann unser Auto stehen und, äh, wie gesagt, Lichtschalter, wichtig. Und hier ist dann im Mitte des Raumes nochmal Blumen, die Oma Betty dann mal gepflückt hat, weil ich dachte, die wären auch ganz cute hier. Weil das sieht halt auch sehr, sehr süß aus. Und, ähm, ja, was gibt's noch? Warte, es gibt eigentlich noch relativ viel, aber ich meine, ja. Äh, als nächstes dachte ich, mir zeige ich euch einfach mal die Schweißekammer, weil die ist sehr, sehr wichtig. Äh, die ist mittlerweile auch befüllt mit Äpfeln, Chips. Ähm, ja, hier und da ist auf jeden Fall befüllt, Öl. Ja, wir werden es natürlich noch weiter auffüllen, aber so viel haben wir jetzt erstmal auch nicht. Weil Fabian, der trinkt ganz gerne Bloxy-Aid, deshalb, ähm, ja, ich tatsächlich auch, deshalb schadet es nie. Ähm, und deshalb überall einfach noch so Wasser, gießt das Adanas und dann haben wir das eigentlich auch ganz gut geregelt. Oma Bettys Lieblings-Sirup für Pancakes, ja, Senf, obwohl ich Senf nicht mal so gern mag. Aber, you know, die Familie, die ist sehr zwiegespalten bei sowas. Ja, alles mögliche haben wir auf jeden Fall. Hier brauchen wir auch nicht. Wir haben auch Normalvorrat, also nicht nur Essen. Das nennt sich nicht nur Schweißekammer, sondern auch langsam Stauraum. Wir haben hier oben auch Taschentücher, Handseife. Ja, halt, ähm, diese Servierplatten und Kuchen-Dings, alles mögliche. Also wir staunen ja auch so generell Besteck und sowas. Und das da ist dann unsere Küche. Die ist eigentlich nicht mit LED, aber ich finde, das sieht auch ganz cool aus. Ähm, ich zeige euch gleich, warum das so mit LED beleuchtet ist, aber naja. Also, das da hier ist, ähm, ja, unsere Küche. Die ist sehr, sehr groß und schön. Ich finde die auch sehr, sehr schön und neutral gehalten. Also man kann sich auf jeden Fall nicht beschweren. Es hat hier einen Laptop. Das ist mein Laptop, aber das kann ich auch ab und zu mal wegbringen. Aber das bleibt jetzt mal hier. Ähm, hier ist auf jeden Fall ein Geschirr, was nicht gewaschen wurde. Deshalb, ja, aber wie man sieht, ist hier ein Geschirrspüler. Das bedeutet, das wird gleich gewaschen. Zwei Öfen sogar, weil wir backen ja sehr viel. Also ich backe und dann backt noch jemand anderes. Und wir haben halt oft das Problem gehabt, dass wir nicht, ja, genug backen konnten. Weil dann muss die andere Person immer mega lange warten. Und deshalb haben wir jetzt zwei Backöfen, weil das ist mega cool. Und jetzt freue ich mich auch, dass wir das nutzen können. Weil ich bin ja sozusagen Backprofi der Familie und ich verwende einen Backofen sehr, sehr gerne. Deshalb wird das sozusagen mein Backofen sein. Also eins davon ist mir egal welches, aber es wird meins sein. Ich werde mir den klären. Und hier sind noch so andere Geräte, also Küchengeräte drin für Oma Bettys Tee, Toaster, Fritteuse, falls ich mal irgendwie Donuts mache oder was weiß ich. Und hier wieder Kaffee, Blender, alles mögliche. Und ja, das war's eigentlich. Hier stehen noch so random Sachen. Küchenrolle, dies, das, Ananas, halt alles, was man braucht. Ja, und das war's. Also hier kann man sich auch mit Hockern dransetzen. Das ist halt auch ganz entspannt, weil ich liebe das. Allein in der Familie so ganz entspannt, mich da dran zu setzen. Und jetzt mein Kaffee auch leer. Deshalb stelle ich das dazu, damit wir das gleich noch waschen können. Und ja, dann geht's weiter ins Wohnzimmer. So sieht das Wohnzimmer aus. Das ist mega, mega nice. Credits von der Couch sind unten in der Beschreibung. Die habe ich nämlich von einer YouTuberin oder YouTuber. Ich weiß nicht mehr, von wem ich das habe. Aber das ist ein Custom Furniture von Blocksburg, also für Blocksburg. Und ja, also das ist jetzt, das existiert so nicht. Aber das ist eine riesige Couch und man kann sich relativ gemütlich ransitzen. So sieht's aus. Ganz, ganz nice. Und ich finde das auch sehr, sehr entspannt. Man kann überall sitzen, wo man möchte. Man kann auch hier sitzen. Und das reicht halt für die Großfamilie komplett aus. Und ich mag auch die Form und wie es aussieht. Ich habe noch eine Decke dran gemacht. Ich habe es probiert, Leute. Und das da ist dann unser Coffee Table. Ich habe hier drei Bilder, die auch neutral sind. Wer hätte es gedacht. Und noch ein bisschen Licht. Also einmal da und da. Und einen kleinen Fernseher, Kamin. Kamin ist halt momentan aus. Aber noch so kleine Deko-Stücke, Spiegel, Regal. Und das war es halt auch, wie gesagt, sehr minimalistisch mit einem großen Teppich. Das rettet alles. Und ja, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit unten. Und jetzt gehen wir mal eine Etage hoch. Also so sieht es erstmal oben aus. Sehr, sehr nice. Hier ist erstmal unser Mini-Bad. Also das ist das kleine Bad von, ja, von der Familie sozusagen. Und das ist halt auch direkt am Eingang. Deshalb ist es eigentlich ganz praktisch. Und hier ist dann das Zimmer von Ella und Anni. Und hier ist relativ minimalistisch gehalten. Und sieht halt auch sehr, sehr süß aus mit den neutralen Sachen. Wir haben hier auch so besondere Vorhänge, die dann wirklich vor Licht schützen damit, die dann nicht beim Schlaf gestört werden. Weil die sind ja noch jünger. Und deshalb haben die besondere Vorhänge aus irgendeinem Grund. Ähm, genau. Und hier ist dann ein Wickeltisch. Alles mögliche halt. So ein Tisch noch für die beiden, falls sie mal irgendwie Tee-Party spielen wollen, was weiß ich. Und man sieht hier draußen noch Sonnenaufgang. Man sieht es nicht, aber man kann sich das denken. Ja, da. Ganz nice Sonnenaufgang hier nochmal zu sehen. Das ist halt cool, dass die, ähm, ja, diese Aussicht dann noch haben. Also hier ist dann das Zimmer von Mari. Also Maris Zimmer finde ich so, so, so schön. Ich beneide es so sehr. Ähm, weil, oh mein Gott, es hat so viele kleine Details, was ich halt sehr, sehr schön finde. Man kann halt hier erstmal schlafen. Oh Gott, das war ein schlechtes Beispiel. Ups, sorry, Mari. Ich werde dein Bett nochmal machen. Warte. Ähm, so. Ja, während wir das Bett machen, äh, gibt es da hinten einen Sessel. Und sie hat hier noch so, äh, Töpfe und so eine Auszeichnung. Weil sie hat so oft gekocht, dass sie solche Auszeichnungen bekommen hat. Und das sind keine Töpfe, sondern auch irgendwelche Auszeichnungen. Aber, ja, das ist sehr, sehr nice. Ich freue mich voll für sie. Und hier ist auch ihre Bildleidenschaft. Ich dachte, das wäre dann ganz nice, wenn sie das hier hat. Und einen Spiegel, um sich fertig zu machen. Ähm, halt ihre Kommode mit so ein paar Kerzen. Minimalistische Bilder. Ich finde, das widerspiegelt wirklich ihre Persönlichkeit. Und hier sind dann auch noch Bücher, Spiegel, ihr Schreibtisch sozusagen. Und hier kann man halt auch chillen. Ist richtig entspannt. Und ich liebe das Zimmer. Hier ist dann ein Teppich, was dann ein bisschen, ja, ein bisschen für Raum sorgt. Hier ist dann Tante Charlies Zimmer, was nicht gemacht ist. Deshalb werde ich das nochmal machen. Also, Tante Charlies, sehr schlechte Arbeit. Du hast dein Bett nicht gemacht, aber jetzt musste ich das für dich machen. Aber nochmal. Also, Tante Charlies Zimmer ist relativ klein, aber fein. Also, sie hat alles, was man braucht. LED-Lichter noch hier. Und halt ein schönes, kleines Bett. Und, ja, noch einen Kleiderschrank und so. Und man muss sagen, Tante Charlies geht relativ lange arbeiten. Und sie, ähm, ja, sie braucht halt kein großes Zimmer. Und außerdem chillt sie eh meistens unten mit uns und so. Und eigentlich nutzen wir alle unsere Zimmer nicht so sehr. Nur die Kinder haben so besondere Zimmer und so weiter. Also, ja, parallel von Tante Charlies Zimmer haben wir noch ein weiteres Badezimmer. Und zwar ist das ein riesiges Badezimmer. Das liebe ich auch absolut. Das ist halt relativ antik und schlicht gehalten. Und das ist so ein bisschen in den rosa Farben, aber halt mit Goldakzenten meistens. Und sieht halt sehr, sehr nice aus mit zwei Waschbecken. Man kann sehr leicht erkennen, dass Emma, Tante Charlie und ich das Badezimmer am meisten nutzen, weil unsere Sachen hier einfach rumliegen. Aber, ähm, naja, hier ist Fabians Zimmer. Sehr, sehr nice. Ich freue mich mega für Fabian, dass Fabian so ein nices Zimmer hat. Also, ja, der hat eine eigene Wanduhr, so modern, mit so ein paar coolen Lichtern. Ein paar Spielzeuge von ihm tatsächlich noch. Ähm, die verwendet er nicht mehr. Aber, ja, ich finde das trotzdem sehr, sehr nice. Ja, und hier ist noch so ein Schrank. Und hier kann man auch nochmal relaxen. Ist dann, ja, so gehört zum Schrank mit dazu, mit einem Tisch. Er kann ja auch theoretisch einfach essen, chillen, was weiß ich, Freunde einladen. Und, ähm, das ist so ein ABC-Licht. Ich finde das richtig wild. Und, ähm, da drüber hat er noch so random so Metallsachen. Und hier ist so ein Roboter. Ich weiß nicht, das hat der mal selbst programmiert. Und ich dachte, das wäre dann ganz nice da. Und hier ist sein Bett. Aber das da ist so wahrscheinlich Fabians Highlight. Und zwar hat er so eine Soundproof-Wand da sozusagen, als wenn er irgendwas spielt. Oder wenn er irgendwas aufnehmen will. Keine Ahnung, was er da eigentlich generell den ganzen Tag am Computer macht. Aber der macht auf jeden Fall irgendetwas. Und der hat sich das gewünscht. Und dann dachten wir, dass es ganz nice wäre, das mal zu erfüllen. Der hat hier einmal zwei Monitore. Also einmal einen Computer und einmal so einen Monitor. Und das ist eigentlich ganz cool. Lautsprecher, alles Mögliche. Der chillt hier sehr, sehr oft. Also wird hier sehr, sehr oft noch chillen. Und das ist halt noch sehr nice. Deshalb gehen wir hier mal wieder raus. Und hier ist dann Oma Bettys Zimmer. Das ist das vorletzte Zimmer, was ich euch heute zeige. Und zwar hat es hier so eine Bücherecke. Und zwar liebt Oma Betty es zu lesen. Deshalb, das sind drei braune Bilder. Weil Oma Bettys Lieblingsfarbe ist braun. Falls ihr es nicht wusstet, wisst ihr es jetzt. Und jetzt hat sie so ein Doppelbett mit Treppen. Weil sie ist alt, hat Schwierigkeiten hochzukommen. Deshalb Treppen. Und jetzt kommt das letzte Zimmer von Emma und mir. Weil Emma und ich teilen uns jetzt tatsächlich ein Zimmer im neuen Haus. Wir haben uns das sozusagen ausgesucht. Weil wir haben sehr ähnlichen Style, was das Zimmer betrifft. Wir haben hier so ein bisschen LEDs drin. Und ist halt auch nicht so übertrieben. Also wir haben einen eigenen Fernseher. Hier kann man auch chillen. Schreibtisch. Und zwei Betten. Also das da hier ist mein Bett. Und das da ist Emmas Bett. Das ist definitiv mein Lieblingszimmer. Weil ja, das ist eigentlich relativ nice. Vor allem jetzt können Emma und ich jede Nacht einfach zusammen chillen. Und so. Und ja, man kann auch von hier aus reden. Das ist auch eigentlich ganz wild. Und ja, genau. Das war es eigentlich auch mit dem ganzen Haus. Und als letztes wollte ich noch anknüpfen, dass der Weg zum Garten hier ist. Aber ich wollte daraus jetzt kein großes Thema machen, weil unser Garten noch nicht steht. Aber neben der Küche ist auf jeden Fall ein Weg draußen zum Garten. Aber das war es eigentlich auch mit der 2022 Haustour. Ich hoffe, dass euch das Video wie gesagt gefallen hat. Und euch auch das Haus genauso gut gefällt. Schreibt gerne eure Meinung über das Haus gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr darüber freuen und würde mir das gerne durchlesen. Aber wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt das Video. Und zeigt mir das mit einem Daumen nach oben. Abonniert diesen Kanal kostenlos und schaltet zudem die Glocke an. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.